Willkommen zurück, Initiator. Als ICA-Agent, kann jede Herausforderung in diversen Fällen überwinden. Erfüllte dieses Überschuss, diesmal von einem anderen Angeln zu attackieren. Werte Ihre Strategie. Improvisiere. Wir werden sehen. Ich bin noch ein ziemlicher Noob. Ich lerne noch ein bisschen und danach können wir die Kampagne starten. Ah, ich musste noch vergiften. Das habe ich noch nicht geschafft. Das habe ich gepackt. Das habe ich auch geschafft. Diese Verkleidung ist auch interessant. Machen wir das als nächstes. Also das will ich jetzt tun. Ich will ihn jetzt mit der Klavierseite töten. Okay. Ich will noch ein bisschen schaffen, wie die Steuerung geht. Ich vergesse es immer wieder. Ach, ich habe die Kleidung vergessen. Wow, über Teleportation geht das auch. So. Wie geht's? Mir geht's gut um dir. Das war die falsche Tür. Das war die Kampagne. Ach, das war die Übersetzung. Das war die Kampagne. Das war die Kampagne. warum legst du dich überhaupt mit mir an was legst du dich überhaupt mit mir an legst du dich nicht mit mir an da kommt hoffentlich genug platz in den schränken und die eine seite schon voll so hier ist noch platz für einer so alle erledigt ist hier noch ein opfer wer will doch in den schrank hallo hey Ja, okay. Wer hat es denn gesehen? Ah, ja. Oh, ich habe ihn getötet. Lose the gun! Hey! Shooter! Argen took one! Argen is having a question! Why Argen? Do and die! Hello? Anybody home? Someone's been discharging a weapon. Man, do you copy? He's opening up! Take cover! Please, just... Take your head down if you don't want him blown off! Ha! What a shit! Ich schau gleich mit dem Boot ab! So, nochmal. Ich brauche nur den... Ich brauche nur den... ... nur den Dietrich, warte. Ha! 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 wieder ach ich drück immer den falschen Knopf So, jetzt schauen wir auf mit den Fuchs und spielen wir mal gescheit. So, jetzt schauen wir uns an. So, ich hab doch diese Klavierseite hier. Wo ist der Gegner? Wo ist er? Ich seh ihn jetzt noch nicht. Aha, da. Er geht grad hoch. Aha, aha, aha. Und wieder runter. Was ist er? Was ist er? Was ist er? Was ist er? ja was ist mit diesen waffen kisten ich kann nur die tür öffnen jetzt sind wir auf gleicher höhe ich bin dauernd verdächtig ja schief einfach mal in die menschen Der hätte mir nochmal richtig in den Arsch reingeschossen Da hinten ist doch dieser Norfolk Oder Norfolk Vielleicht kann ich jetzt irgendwie Vielleicht als Mechaniker Wie kann ich mich als er verkleiden? Okay, erst mache ich mal den Mechaniker platt Erst muss ich mich als er verkleiden Und dann Schauen wir mal Der hört mich nicht mal wie Schweine Ja Hallo? Wie kann ich den jetzt? Was ist? Nachtdieb Kann ich was mit dem Boot machen? Ich habe ihn doch nur geschubst Was ist das? 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 Ja Hier oben Soll ich das einfach sch*** Okay die weißen Punkte können mich verdächtigen und was ist mit diesem Fragezeichen? Was ist das? 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 Keine weißen Punkte ist sehr gut Was ist das? 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 Oh mann Was ist das? Ich bin der best gekleidetste Flüchtling auf diesem Boot. Also Flüchtling ist nicht irgendwelche Flüchtlinge, sondern ein Flüchtiger. Ich bin der Flüchtlinge, ich bin der Flüchtlinge. Ich bin der Flüchtlinge, ich bin der Flüchtlinge. Jetzt werde ich als feindselig eingestuft. Kompromittiert. Ich bin der Flüchtlinge. Die feiern einfach weiter. Ich hab ein paar Leute getötet, aber denen ist es wohl egal. Ich bin der Flüchtlinge, es ist nicht funktionier. Genンニ거든! Ich bin der Flüchtlinge, ich bin der Flüchtling überhaupt nicht. Oh mein Gott, so viele weiße Punkte. Ich werde keine Unschuldigen. Und da ist er. Es ist nur eine Computer-Game. Da ist ein Bulle, der will mich abknallen. Was? Unerwartete Gast-Trophäe erhalten. Und was ist die Trophäe? Das ist eine versteckte Trophäe. Verkleiden sie sich als Mr. Norfolk und eliminieren sie Calvin Ritter. Ich habe es gepackt. Das ist ein wahrer Abschluss des Prologs. Einfach alle getötet. Sich durchgekämpft. So kann man auch Hitman spielen. Und die Mission beendet. Danke. Dieses Überschuss ist für so lange wie du brauchst. Wenn du bereit bist, kannst du uns wissen. Ich würde mal sagen, das war es mit dem Prolog. Am nächsten Mal geht es weiter. Und dann fangen wir an mit der Kampagne. Und ich habe wieder eine Trophäe erhalten. Training ist alles. Abgeschlossene Herausforderungen. Wow. Das war es. Das ist genug. Das ist genug. Macht's gut. Tao Selbst. Tao Teufel. ground. nu